Marzart Leute, ich bin Jan, das ist mein Kumpel Kalle und wir nehmen euch jetzt mit auf unser Abenteuer. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin hier heute im hohen Norden. Ich habe einen Auftrag vom Markt gekriegt, mit dem soll ich Wildburger machen. Dazu brauchen wir jetzt ein Schweinchen und das werden wir hier bei einem Kumpel von mir im Revier wohl kriegen. Hier ist viel Schwarzwild, viel Dammwild. Ich freue mich, bis gleich. Wir haben schon die erste Route gefunden. Das ist weit runter. Auf jeden Fall, ich würde sagen, zwei Barren mit Frischlingen, kleinen Frischlingen. Ich glaube, wir haben ein paar Überläufe. Ja. Ja, drei Überläufe, dass wir die Bauchlinie sehen können. Genau. Genau. Wir gehen strecken. Ganz links bei dem Stück. Die hat eine Zungenstriche. Und ganz, ganz recht. Ganz recht. Das ist auch keine Überläufe. Nein. Drei Barren. Das ist recht. Das ist ein Überläufe. Hier zwischen den Bäumen durch die Mende. Wir warten einfach noch hier kurz. Aber auch die Bauchlinie. Die Bauchlinie. Die Bauchlinie. Die Bauchlinie. Ich sehe die Bauchlinie nicht. Wir haben gesehen, gerade sind überall Frischlinge dabei. Und ich kann von hier aus die Bauchlinie nicht erkennen. Wir vermuten zwar, dass wir auf jeden Fall zwei dicke Mamas gesehen haben. Zwei Barren, die auf jeden Fall angezogene Striche haben. Aber bei den anderen... Oh, warte jetzt kurz. Ganz recht. Das ist eine Mama. Das zweite von rechts. Dieses rostbraune Zweite. Das ist ein Überläufe. Aber bevor wir schießen, müssen wir die Bauchlinie sehen. Wir müssen warten, dass sie ein bisschen weiter auf die Freifläche ziehen. Wir können die Bauchlinie nicht sehen. Außerdem toben da überall kleine Frischlinge rum. Nicht, dass irgendwie dahinter einer steht, den wir nicht sehen. Ist das nicht geil? Jetzt mal ohne Scheiß. Guckt euch mal an. Sound bei so einem Licht. Wir haben völlig versucht. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Halt mal drauf. Oh, 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 oh. Halt alles die auf. Boah. Boah. Das ist ein Frischlinge. Oh, das ist ein bisschen stokel. Guck mal. Guck mal. Hier wird der überlaufen. Da gibt's schon mal kein Salat. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Also ganz ehrlich, da sind so viele Frischlinge zwischen. Ich würd hier echt ungern schießen. Das hohe Gras. Das ist zu gefährlich. Also man kann ganz klar erkennen, dass es Überläufer sind. Ja. Aber sobald du die Bauchlinie nicht sehen kannst, freisehen kannst, ist es einfach zu riskant. Ja, eben. Ich würd sagen, wir auch noch. Lass uns gehen. Man sieht ganz klar. Guck mal da. Wenn du jetzt hinguckst, du siehst die Frischlinge in dem hohen Gras. Du siehst nicht, welche Stücke sind führend. Welche sind nicht führend, ist ein Frischling dahinter. Wir beenden das jetzt. Und ich meine, ey, guck sich das Revier an. Wir sind seit einer Stunde im Revier und haben jetzt schon die erste Rotte. Ich denke, morgen ist auch noch am Tag. Ohne Scheiß. Wie geil war das denn jetzt bitte? Wir sind seit einer guten Stunde im Revier und haben schon das erste Tag aktive Schwarzwit gesehen. Haben uns an die Rotte rangepirscht. Ich hab mich aber, oder wir haben uns gemeinsam gegen den Schuss entschieden, weil einfach das Gras war zu hoch. Es waren eindeutig zwei führende Bachen dabei, mit ganz vielen kleinen Frischlingen, also was weiß ich, 5 Kilo Frischlinge dabei. Die überall in dem hohen Gras zwischen den Überläufern rumrannten. Und da zu schießen, also das wäre mehr als bescheuert. Deswegen, also wir werden morgen einfach weitermachen. Aber ist das nicht geil? Ohne Scheiß, allein für den Anblick. Wo sieht man sowas, ey? Ich bin nur begeistert. Also, ich bin nur begeistert. Ich bin nur begeistert. Für dich ist immer begeistert. Ich bin nur begeistert. Und wenn du für dich wertschnuppernst, ich bin nur begeistert. Ich bin nur begeistert. Ich bin nur begeistert. Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, wir machen uns jetzt noch mal kurz, ziehen uns ein bisschen um, andere Sachen, tauschen den Golfschläger gegen die Brenner und dann wollen wir mal gucken, was die Sauen machen. Total abgefahren. Wir sind ja hier in einem Revier, wo tagaktives Schwarzwald ist. Es ist jetzt, ich würde sagen, 13 Uhr. Und es ist total unwirklich, der Gedanke, dass hier gleich Schweine rumlaufen. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Alter. Ich fand die Bache jetzt nicht so lustig, hat uns ein bisschen angeblasen, angeknurrt. Unser Kameramann ist am Zittern. War auf jeden Fall lustig. Sehr schön. Gut, komm, lass weitergehen. Es ist ein bisschen schlecht. Es ist so heiß, es ist sehr heiß. Aber immer wieder Anblick. Also Dammwild ohne Ende. Sauen haben wir auch schon vorgehabt, aber nur Barren und Frischlinge. Aber... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bist du zufrieden? Ja, tipptopp. Das ist super. Guck mal. Schön. Das ist ein bisschen. Hört mal ein paar Mal wieder? Nein, danke. Danke. Na schon, danke. Ich hab leider keiner mehr zu dabei. Ja. Sehr schön. Tipptopp. Ich bin glücklich. Wir waren ja, letzte Woche waren wir ja ein bisschen jagen. Da hab ich ja ein Stück Schwarzwild erlegen können. Und jetzt werde ich das zubereiten, wie ihr am Wetter sehen könnt. Wir haben richtig scheiß Wetter. Das heißt also, ich kann nur mit einer Person zusammenarbeiten. Mit dem Marc. Jawoll. So, wir werden Wildschweinburger machen. Zweierlei. Zweierlei. Ja. Ich hab dir einen Rücken mitgebracht und ich hab dir Hack mitgebracht. Ja. Wir haben hier zwei verschiedene Brötchen. Das Hack würde ich auf dem Klassischen präsentieren wollen. Und dein Steak, beziehungsweise den Wildschweinrücken am Stück, würde ich ganz gerne da drauf machen. Der ist so ein bisschen Hempf. Was ist das denn? Das ist ein Hanfburger. Ein Hanfburger? Mit Hanfmehl. Dann lass uns doch einfach anfangen. Was machen wir? Ich würde sagen, Hackfleisch. Hackfleisch als erstes, damit sich die Gewürze ein bisschen verzeihen können. Jawoll. Salz, Pfeffer und Zitronenpfeffer habe ich mir da überlegt. Dazu werden wir machen, eine rote Beete-Dijonese, ein bisschen Feldsalat. Ein Kräuterseitling, flambiert mit Bourbon. Wie soll's anders sein? Rote Zwiebeln, etwas Chimichuri, lecker. Geil. Kann man so stehen lassen. Würde ich auch sagen. Ist eine runde Nummer, hört sich auf jeden Fall ganz gut an. Lass uns einfach anfangen, oder? Hier haben wir die Dijonese. Wir machen uns das heute ein bisschen einfach. Das ist ja der Gerät. Boah. Das ist geil. Das ist echt geil. Als Burgersauce, das ist aber so weit weg vom Standard, oder? Kitzelt schön auf der Zunge, hat eine gute Schärfe, Süße. Leichte Schärfe. Alles, was du brauchst. Du bist ja ein halber Mettiegel, hör mal. Du musst mal mit zur Jagd kommen. Ja, wir hatten das schon einmal stark fokussiert und dann kam wieder die Arbeit dazwischen. Aber ja, ich will mich auch mal von dir treiben lassen durch Schilf. Ich hab da so eine Folge von dir gesehen, mein lieber Schwan. Das war lustig. Das war glaube ich sogar die, wo du mich angefragt hattest und ich nachher auch sagen musste. Ganz genau. Ich hab mir dann schon beim Gucken ein bisschen gedacht. Ganz genau. Schade, ne? Nee. Furchtbar schlimm. Jetzt kommen wir zu meinem Highlight. Wir können anrichten. Wir können anrichten. Geil. Ja, der ist mega. Der ist mega. Mega gut. Unsere Band ist auch durch. Die sind super. Pilze sehen klasse aus. Also ab dafür. Wir haben hier einmal Hanf, Brötchen und einmal den klassischen. Klassisch machen wir mit dem Hack und den anderen machen wir schön mit dem Rücken. Feldsalat auf die Unterseite. Ein bisschen von der Dijonese. Schauen wir uns mal den Rücken an. So, der wird vor Saft strotzen, sag ich dir. Was denkst du denn, welcher würde dir besser gefallen? Also ich bin ja eigentlich, wie gesagt, gerade schon, ich bin eher so der Klassico-Cheeseburger-Typ. Ja. Aber, ja mit dem Rücken. Das ist schon schwierig hier nein zu sagen, ne? Ah, mega. So, sehr gut. Alles klärchen. Jetzt kannst du, wenn du magst, hier schon mal ein bisschen die Scheiben drauf verteilen. Auch so ein bisschen ruhig nach vorne ziehen. Dass man die auch von außen schön sieht. Auf die Kräuterseite, guck dir das mal an. Geil. Boah, ich hab jetzt schon so Hunger. Da kau ich noch ein bisschen mehr drauf, ne? So. Natürlich. Komm. Drauf damit. Kein Anstandsrest da lassen. So. Mh. Mh. Boah. Der Rücken ist ein Knaller. Bisschen von dem Kräuteröl von der Chemischuri oben auf. Deckel drauf. Mh. 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020